Es war die Senesation des Turniers bis jetzt. Unes Ehre Deut SCHE Darts Hoffnung Kevin Münch, 29, knallte Lour am Dienstag den zweimal 51 Gen-Weltmeister Adrian, Louis, aus dem Alaipalli, an einem Traumabend mit 8. 180ern. Münch sorgte Lour zwar für die größte Lour, aber nicht für die einzige Überraschung. Louis, Gelle Klaasen, James Wade, Dev Chis en all, alles namhafte Lour wer F.E.R. aus den Top 25 der Weltrengsliste Lour und trotzdem schon alle raus. Warum fliegen so viele FA-Fourrieten aus dem Turnier? Der Gegner von Kevin Münch in der zweiten Runde der Darts-WM steht fest, der Bochumer trifft auf den Malorziner Toni Alcenas. Was aussieht wie ein neuer Trend, ist in Wahrheit nur in die I6-Duell zur RK-Lehren. Keine Frage, Darts boomt, der Sport wird immer professionell L.E.R. und das Feld an Guten und Jun gehen wer fern breiter. Fakt ist aber vor allem, all die hochgeharen DE-Elten für SAG hat T.E.N. auch mit sich selbst zu Camp F.E.N. Louis, 32, der Brite musste Lour schmerzvoll erleben, wie ihm Münch vor HMischen Publikum die Show stahl. Doch schon vorher spielte Lour ein M.E.S. ehrables Jahr, Expert T.E.N. hielt T.E.N. einen Wack L.E.R. schon vorher für mögelig. Jetzt droht er sogar aus den Top 20 der Weltrengliste Lour zu rutschen. Klaasen, 33, der Hohllehn der Kontelur wegen seines K.P.U.T.E.N. Handgelenks und einer M.E.N.S. Kusob, dieses Jahr lange gar nicht trainieren, fand nicht in sein R.H.Y.T. Hamus. Wade, 34, der Brite steckt in der Form Kriese, hat das schwächste Lourjahr seit 2006 hinter sich. Kegian Braun, 2014, UG E.N.D. Weltmeister, war zudem ein verdammt starker Gegner. Chis Enal, 37, dem Brite E.N. fehlt die Konstanz, die klare 0 zu 3, Plei Tellur gegen Fander vor Ort, ein klassischer PZER mit mehr VY Nking, BN Ito Fande Pass und St.E.P. Henbunting sind noch drei Weite Lure, namhafte Lourj B.E.R. raus. Die WM macht's dafür noch spannender. Schau alle Darts Spiele live auf DartsN im kostenlosen Probemonat. ... ...